Musik So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Genshin Impact. Herzlich Willkommen zum Windstieg sollen wir jetzt. Warte mal, was ist denn das nochmal für eine Quest gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich gehe trotzdem einfach mal hin. Ach richtig, dieser komische Typ hier. Dieser Typ in grün. Ich würde gerne mehr über Anemo-Arkorn erfahren. Jemand hat uns von der Vergangenheit des Drachen erzählt. Oh shit. What is a creature like that doing out here in such a calm place? What the fuck? You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Das Ding hat damage gemacht. Das Ding hat damage gemacht. Das Ding hat. So, quite the scholar I must say that, Lisa. Lisa. She's not wrong. Lisa. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? Degradation? The people out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Duvalen. Cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero. The place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Wie ist das, dass der Pfeil von meinem Körper verlassen? Es fühlt sich viel besser. Also, wie genau hast du Pfeil? Das wäre, weil ich versucht zu kommunizieren mit Dvalin zuvor, aber ich wurde... ...interruptiert. Als Ergebnis, nicht nur ich nicht zu helfen, zu helfen Dvalin zu erheben, aber insofern war ich auch selbst infectiert. War ich das etwas? Ja, das war du. Also, um es zu tun zu machen, kommst du mit mir zu dem Kathedral. Der Mondstadt-Kathedral? Was genau zu tun? Um einen bestimmten Heiliger Lüge zu Himmel zu kritisieren. Okay, habt wohl ihr keine Wahl. Fliegen wir doch einfach gleich mal so weit, wie es nur geht, dorthin? Also, das Heiliger Lüge der Himmel ist... ...ein der Most Treasured Items in Mondstadt. Es ist die Lüge Barbatos zu spielen. Mit es, vielleicht kann ich Dvalin aus der Gentlenachtelung aus dieser Erinnerung zu sein. Will es wirklich stopt Stormcare von causieren mehr damage? Natürlich! Ich bin der Best Bard in der Welt. Es gibt keine SINGLE SONG, wie lange ich es nicht weiß. Es ist egal, ob es von der Vergangenheit, der Vergangenheit oder der Zukunft ist. Schau mir in die Augen. Findest du mich nicht vertraut? Vielleicht ein bisschen. Also, wie können wir den Heiliger Lüge bekommen? Es ist gesagt, dass es tief in der Kathedral in der Kathedral ist. Es ist irgendwo sicher. Ich gehe nachschauen. Du kannst kommen, wenn du willst. ff- F- 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 Hallo, Frau! May der Animo-God bless you, jung Bard. Wie kann ich dir helfen? Ich weiß, ein Geheimnis, der kann Monstat von seinen heutigen Predikament retten. Oh, was ein Geheimnis von der Animo-God! Aber du solltest das zu den Knights von Favonius geben. Warum hast du mit mir gekommen? Weil du, Frau Frau, kannst du helfen! Ich möchte den Heiligen Lied. Mit dem kann ich den Storm-Terror helfen. Bitte sehen Sie sich aus. Was? Es ist ein grosser Geheimnis. Aber als die Echtung-Gran-Master machte seine Geheimnis, nichts kann in der Nachts-Way. Das ist einfach nicht acceptable. Würde Storm-Terror nicht so gut getötet werden? Das foolish Geheimnis verletzt die Wind. Nichts auch die Animo-God der Animo selbst würde es forgive. Bitte, ich bitte Sie. Ich bin nicht, kleine Bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Dann... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wollt ihr nicht einfach, zu kreieren und zu kreieren? Wie fühlt es sich, endlich den Gott zu treffen zu haben, den du zu servieren hast? Wenn nichts anderes ist, dann gehe ich zurück, um das kathedrales Paperwork zu behandeln. Oh, warte! Der Überzeugungskünstler hier wieder am Start. Hä? Sie hat nicht sogar ein Eiland gemacht. Aber ich habe zumindest gelernt, was ich wissen wollte. Sie hat nicht genannt, dass die kathedral den heiligen Leier entdeckt. Jetzt, da bist du der Hotshot von den Knights von Favonius. Vielleicht kannst du es geben. Ich glaube. Warum nicht? Ich bin Ehrenritter-Typhotix. Der Ritterordnen braucht die Leier der Himmel. Oh! Nicht, dass ich nicht glaubte. Es ist nur, dass ein wunderschönes Bard kam, um die Heilige Leier zu holen zu holen. Er ist voll von nonsenschen und hat ihn sogar sogar calleden Barbados. Er muss sein, was etwas zu tun. Es gibt Regulationen für die Verwendung des Heiligen Leier. Currently, es ist nur in Ludiharpastum. Die Dokumente von der Grandmaster, Seneschal und die Gemeinschaft der Gemeinschaft sind. So, ich sehe die Dokumente von den Knights von Favonius? Palmon hat sie unterwegs aufgefuttert? Hey! Das hat nicht wirklich funktioniert. Oh, das funktioniert nicht. Ich wusste es. Du wusstest es? Ich wollte nur wissen, wie influentisch der Hotshot des Knights von Favonius ist. Sie sehen, die besten Warrior sollte immer mit der besten Sword beendet werden. Und, wie soll die Geschichte nicht für eine gute Ballade sein? So, was Sie sagen, dass wir nicht gut genug sind? Nein, das ist nicht es. Es ist mehr ein Kommentar über Mondstadt's inability zu sehen, den Warrior standen vor seinen Augen. Ich will nichts stehlen, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Du bist der Superstar des Knights von Favonius. Du hast die Kontributions zu Mondstadt gemacht. Würde du getroffen werden, wirst du dir leicht ausgehen können, wirst du davon ausgehen. Ja, das heißt aber trotzdem nicht, dass ich das riskieren will. Ich weiß nicht so wirklich, ob das der Sinn von Wachen ist, dass die Nachts alle Feierabend machen. Stopp, zu sagen, dass wir getroffen werden! Was sagst du? Ah, ja. Es scheint, dass ich das erwähnt habe. Wenn du wirklich ein Gott bist, können wir dich nicht einfach im Stich lassen. Ja, aber ist ja nicht. Es ist doch Camp. Ich werde das Wachen auch retten, wenn du kein Gott bist. Ich werde dir den Himmel bringen, denn ich kann keine weitere Trennung haben, ich werde dir den Himmel bringen. Wenn du nicht lange warten willst, kannst du die Zeit im Paimon-Menü vorspulen. Ah, okay. Ja, natürlich wollen wir bis Nacht warten, das ist ja klar. Und zwar genau bis Mitternacht. Im Übrigen habe ich ja auch noch irgendwie so ein paar Sachen einzusammeln, ne? Das sehe ich auch gerade. Okay, dafür brauchen wir Abenteuerstufe 15. Ich habe keine von den Gebetspunkten mehr. Okay, habe ich jetzt einmal irgendwie alles durchgeklickt, was jetzt neu ist? Naja, okay, das sind immer nur die Tutorials. Ich muss mir auch mal merken, welches Icon für was steht. Na gut, dann wird jetzt wohl was geklaut. Ist das eine Stealth-Quest oder so? Weil ich darf doch bestimmt nicht entdeckt werden, oder? Oh mein Gott, das ist tatsächlich eine Stealth-Quest. Ich kann nicht springen, nicht sprinten. Ich habe nur diese Laufgeschwindigkeit. Okay. Oh! Hm, okay. Wer bist du denn? Oh nein, weg! Was machst du hier? Oh nein, weg! Oh nein! Jetzt glauben die, wir haben das geklaut. Ist das arschig. Oh nein! Wir sind weg! Weg! Was? Seid mir! Oh shit! Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott! Ich habe es verkackt, glaube ich. Ich versuche jetzt ohne die Windfelder noch weit genug wegzukommen, dass es zählt als geschafft. Ich muss noch 100 Meter in 30 Sekunden. Ich glaube, das wird nichts. Komme ich da wieder ran, an die Windfelder? Nee. Ich habe auch keine Möglichkeit mehr an Höhe zu gewinnen, ne? Wir schaffen es aber, wir schaffen es trotzdem. Gerade so. Oh mein Gott! Ich warte mal! Sie sind hier! Oh nein! Ich glaub, du hast das letzte Mal geniehibe! Der Stort auf dem kommenden Fall. Ask who, exactly? The Protectors of Mondstadt. Not good, not good. He will find out. He will find out what happens. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. I believe they headed that way. Understood. Thank you, Master Diluc. Oh mein Gott, warte. Er nimmt uns in Schutz. Jede Wette, dass der gleich... Okay, nee, ich dachte, er kommt hoch, aber wir gehen einfach runter. ... 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